die platte heißt bring us the hat und der titel basiert auf einem alten film von sam peckinpaar aus den 70ern bringen wir die hat auf alfredo garcia alter gassenhauer aus den 70ern glaube ich unangenehmes kinoerlebnis aber mega film ja das konzept des albums sind filme und wir dachten uns wenn wir schon beim thema filme sind dann bringen wir doch im titel des albums auch im film unter ja das kam während der pandemie zeit und viel zeit hatte für filme die wieder zu entdecken wir hatten eine wirklich ellenlange liste von filmen und davon haben es dann ganze sieben auf die platte geschaffen filme die uns wirklich am herzen liegen wir haben lange überlegt welche filme das sein können dabei sind streifen wie terminator wie die klapperschlange wie konan der barba wie tanz der teufel und armee der finsternis und i spit on your grave freitag der 13. halloween das sind jede menge nostalgische jugend und kindheitserinnerungen die jetzt über die pandemie alle wieder so ein bisschen hoch gekommen sind weil wir ganz ganz viele von den filmen heute noch mal oder in den letzten zwei drei jahren noch mal neu entdeckt haben die seuche ging um wir saßen alle zu hause es gab die schönen streamingmöglichkeiten und wir haben uns da so von oben nach unten einmal quer durchgekommen daraus kam die idee wenn man sich so viel mit filmen beschäftigt machen wir doch ein konzeptalbum in dem jeder song thematisch einen dieser filme behandelt erinnerungen an die filme jede menge ich habe eine ganze menge erinnerungen an die filme eine zum beispiel also ich habe die filme relativ früh zu sehen bekommen das ist einfach so wenn man älteren kursen in der familie hat eine ältere schwester die einem dann durchaus ein paar filme die noch nicht so unbedingt jugendfrei sind rein vom gewaltgrad her dann hat man das schon mal leichter die möglichkeit ranzukommen und die auch mal mitzugucken ich hatte aber eine sehr liebe oma und mit der bin ich gerne in die videothek gegangen und die ist dann für mich in die ab 18 abteilung marschiert und hat den evil dead film ausgeliehen damit ich den dann im garten meiner eltern im blockhaus mit unter anderem anhand von mädels gucken konnte die natürlich total schiss hatten kann mich zum beispiel erinnern dass in den 90ern frühen 90ern in der videothek die ich damals immer besucht habe ich kann damals hatte man ja noch nicht das tolle streaming potenzial wie heute sondern musste wenn man sich einen film ausleihen wollte noch eine videocheck an der ecke gehen gibt es heute fast gar nicht mehr da stand ein aufsteher von ash wie er mit seiner ketten säge auf dem berg von untoten steht und ja unten unter diesem pappaufsteller stand wenn du ins mittelalter reist vergisst die kettensäge nicht ist genau bei terminator 2 habe ich mal mit meinem vater zusammen gesehen hat ihn aus der videothek geholt und als dann diese atombombe explodiert sagt er zu mir das ist alles nur ein film und von daher konnte ich mir das dann irgendwie auch ganz gut angucken die eltern der anermist die waren allerdings auch vorher ganz skeptisch ja wie video abend und was wird denn da geguckt und ich hatte da tatsächlich auch einen partner in crime nämlich mein vater der tatsächlich erzählt hat ja so 20.000 meilen unter dem meer und so was gucken die da haben wir nicht gesehen 20.000 meilen unter dem meer auch schöner film es war evil dead und die mädchen hatten große angst ich auch wenn nicht die film und heavy metal was denn dann was ist denn mehr heavy metal als arnold schwarzenegger der mit einem schwert irgendwelchen schlangen menschen die rübe absäbelt oder snake plisken der in new york in einer arena steigt und darum leben und tod kämpft oder der terminator der über ein meer von schädeln wartet lucht aus dem alltag dieses deutonische die optik der die spannung die kurzwahl der humor schwertern zu tun mit irgendwas bombastischen immer etwas teutonisches durchaus und das findet sich teilweise in den filmen die die wir aufgegriffen haben wieder wenn heavy metal dann noch was mitります so es 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017